Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbanken und Reifeisenbanken, mein Name ist Jörg Burkhardt, ich bin Inhaber von Geno Entertainment. Wenn ich mit meiner Firma als Messe-Promoter am Messestand stehe, habe ich in den letzten Monaten sehr oft das Thema Digitalisierung präsentiert. Bei der aktiven Besucheransprache hatte ich teilweise mit heftigen Konfrontationen zu kämpfen. Die Fragen und die Aussagen, die man an mich gerichtet hat, habe ich alle notiert und ich habe schlagfertige Antworten zum Thema Digitalisierung beziehungsweise Online Banking entwickelt. Diese Antworten möchte ich Ihnen jetzt mit an die Hand geben. Aussage, Online Banking ist total unsicher. Antwortmöglichkeit 1. Aktuell nutzen 15.000 Kunden unserer Bank das Online Banking. Glauben Sie wirklich, dass 15.000 Kunden jeden Tag das Online Banking unserer Bank benutzen würden, wenn es nicht absolut sicher wäre? Antwortmöglichkeit 2. Ein Dieb, der Ihr Konto knacken wollte, müsste drei Schlösser knacken. 1. Der VR-NetKey, eine Zahlenkombination, die Ihnen von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt wird. Diese Kombination kennen nur Sie. 2. Die PIN, Ihre persönliche Identifikationsnummer. Eine Zahlenkombination, die Sie selber vergeben haben. Diese Kombination kennen nur Sie. Das dritte Schloss, das geknackt werden müsste, wäre die TAN, die sogenannte Transaktionsnummer. Diese Nummer landet in meinem Fall in einer App. Die App heißt VR Secure Go. Das bedeutet, ich müsste einem Dieb die Nummer, die TAN, unter die Nase halten, damit er eine Überweisung tätigen kann. Jetzt die Frage an Sie. Würden Sie das tun? Ich nicht. Aussage, ich bin zu alt dafür. Antwortmöglichkeit 1. Haben Sie schon mal Geld von unserem Geldautomaten abgehoben? Wenn der Kunde jetzt Ja sagt, fragen Sie ihn, sagen Sie mir bitte ganz genau, was haben Sie gemacht? Antwort, so wird sie wahrscheinlich kommen. Ich habe meine Karte genommen, die Karte in den Geldautomaten hineingesteckt, dann habe ich meine PIN eingegeben, ich habe auf Auszahlen gedrückt, ich habe den Betrag eingegeben und habe bestätigt. Anschließend habe ich das Geld bekommen und meine Karte wieder herausgenommen. Sehen Sie, genau so funktioniert Online Banking. Sie geben ein paar Zahlen ein und drücken bestätigen. Antwortmöglichkeit 2. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir älteren Menschen helfen können, das Online Banking unserer Bank zu nutzen. Deswegen bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an. Das heißt, wir zeigen Ihnen, wie Sie sich einloggen, also wie Sie sich anmelden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Kontostand aufrufen, wir zeigen Ihnen, wie Sie Überweisungen tätigen und wir zeigen Ihnen, wie Sie Daueraufträge einrichten. Wenn Sie sich das einmal angeschaut haben, verspreche ich Ihnen, Sie werden begeistert sein. Antwortmöglichkeit 3. Besonders älteren Menschen werden wir jetzt und auch in Zukunft mit dem Online Banking einen großen Gefallen tun. Denn im Alter lässt die Mobilität nach. Die Menschen gehen nicht mehr so gerne vor die Tür. Und ist es nicht fantastisch, dass Sie 24 Stunden am Tag Ihre Bankgeschäfte tätigen können, dass Sie 24 Stunden am Tag Zugriff auf Ihr Konto haben, dass Sie 24 Stunden am Tag Überweisungen tätigen können, ohne einen einzigen Schritt vor die Tür zu gehen. Antwortmöglichkeit 4. Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als man die Briefe mit der Schreibmaschine geschrieben hat? Nach der Schreibmaschine kam der Computer. Nachdem die Menschen den Computer verstanden hatten und gelernt haben, wie einfach er funktioniert, haben Sie nie wieder Briefe mit der Schreibmaschine geschrieben. Genauso ist es mit dem Online Banking. Wenn Sie es einmal ausprobiert haben, wenn Sie es einmal verstanden haben, werden Sie nie wieder eine Überweisung mit der Hand ausfüllen. Aussage? Mit dem Online Banking schaufeln Sie sich Ihr eigenes Grab. Antwort? Kennen Sie noch die Firma Dual? Die Firma Dual war früher Hersteller von Schallplattenspielern. Die Firma Dual war Marktführer. Nach der Schallplatte kam die CD. Und da hat sich Dual gedacht, da machen wir nicht mit. Wir verändern uns nicht. Die Firma Dual spielt heute auf dem Markt keine Rolle mehr. Wir verändern uns gerade, damit es uns in Zukunft noch gibt. Deswegen bieten wir das Online Banking an, damit wir morgen noch für unsere Kunden da sind. Aussage? Brauchen wir in Zukunft denn überhaupt noch Bankgebäude? Antwort? Selbstverständlich brauchen wir in Zukunft noch Bankgebäude. Nur die Prioritäten haben sich verändert. Früher stand neben der Beratung auch der Service natürlich im Mittelpunkt. Heute geht es vielmehr um die Beratung. Die Beratungsqualität unserer Bank hat einen noch höheren Stellenwert bekommen, um Sie, liebe Kunden, optimal bedienen zu können. Aussage? Und wenn ich jetzt partout kein Online Banking machen möchte, was dann? Antwort? Wenn Sie definitiv kein Online Banking machen möchten, ist es selbstverständlich überhaupt gar kein Problem. Das Team unserer Bank steht in jeder Zeit telefonisch und auch persönlich zur Verfügung. Denn Sie sind Kunde unserer Bank und stehen im Mittelpunkt unseres Geschäftsmodells. Deswegen werden wir Ihnen selbstverständlich den besten Service anbieten, auch außerhalb des Online Bankings.